Schmittspiele präsentiert Zebraschwein Mausepfand? Giraffenspinne? Oder Zebraschwein? Aus zwei mach eins. Wer den Tiermix als erster erkennt und dann noch das Zebraschwein zum Grunzen bringt, hat die Nase vorn. Auf den sechs Ablagetafeln liegt jeweils ein Tierkärtchen. Mit Würfelbecher und Schweineschnauze als Abdeckung wird gewürfelt. Die Augenzahlen der beiden Würfel bestimmen den zu zeichnenden Tiermix und das Zebraschwein dient als lustiger Buzzer. Keiner deiner Mitspieler darf die Augenzahlen sehen, denn sie bestimmen die beiden Tiere, aus denen du dein Tiermix zeichnen musst. Die anderen passen gut auf, denn wer glaubt zu wissen, was du zeichnest, haut auf das Schwein. Das ist ganz klar eine Igelkatze. Nein, das ist leider falsch. Chance verpasst. Jetzt kann nur noch der andere Spieler den Punkt machen. Welche beiden Tiere werden hier gesucht? Ein Igelwaschbär. Stimmt. Das war der gesuchte Tiermix. Zur Belohnung bekommen die beiden je ein Tierkärtchen. Zebraschwein ist ein lustiges Zeichenspiel für bis zu sechs Spieler ab sechs Jahren von Schmidtspiele. Sch touristisch. Schmidtspiele. Schmidtspiele. Vielen Dank.